They follow me like paparazzi and I feel like someone's watching me right now, right now They follow me like paparazzi and they know just how to rob me of my privacy I just need some time Egal wo ich gehe, sie sind überall präsent, wissen immer was ich mach und woran ich gerade denk Wird ständig nur bedrängt, auch wenn ich's nicht vor Augen hab, ich weiß ich bin im Fokus wie ein Raser auf der Autobahn Auch wenn ich ne Pause mach, zahle und nach Hause fahr, wissen sie Bescheid, durch die Daten hab ich aufgepasst Und selbst wenn, wohin soll ich denn flüchten, sie sind ständig an mir dran und meine nur mich zu beschützen Alles wird erfasst, was ich esse, was ich kaufe, wohin ich heute geh und wo ich morgen vielleicht laufe Völlig ohne Pausen, ihre Sammelwut ist ausdauern, ziehen die Daten ab, wie ein Hochlicht und der Staubsauger Das macht mich auch sauer, dass sie mir auflauern, no place to hide Egal wie ich mich auspauere, ich will hier Haus, glaub mal weg von alledem Ich bin kein Terrorist, sondern krieg ich zum System They follow me like paparazzi and I feel like someone's watching me right now, right now They follow me like paparazzi and they know just how to rob me of my privacy I just need some time Ich hab immer noch überwacht, wie im Hochsicherheitstrakt, Kameras an den Gebäuden und ein Chip in meiner Kraft Ein Chip in meinem Pass, weil für alle biometrisch und wenn ich ehrlich bin, ist das ein Knast ziemlich ähnlich Telefon und E-Mail, Messenger und Chatworks, alles ergänzt, mein Profi bei Social Networks Weil es mein Head burnt, baller ich die Bars, ich will sagen, was ich muss, auch mit ner Kamera am Arsch Hammerharter Tag, ich bin wie immer mal der Angepisste, ey, ich bin kein Star, doch wurde viele Male abgelichtet Ohne mein Wissen, ja und wie auf Steroiden, völlig paranoid, wer von uns ist übertrieben? Überall lauert der Feind, gerade wenn er meint, dass sie es mit der Sache ganz gehörig übertreibt Sagt allen Bescheid und verteilt die Details, ja dann um alles zu sagen, hab ich leider keine Zeit Me like paparazzi and I feel like someone's watching it right now Das ist mein Dienstausweis, für die Identitätsfeststellung können wir einen Ausweis verlangen Okay? Okay Dann bitte ich Sie, dass Sie sich ausweisen Okay Oha, das ist echt albernackt Genau, ja, habe ich die infotiert Also die weiteren Abkläge werden durch die örtliche Polizei gemacht Wir haben nur die Personalien festgestellt Die örtliche Polizei, nein, die örtliche Polizei wird hier erscheinen Und euch danach die Ausweise zurückgeben, wenn die Abkläge Ich wünsche Ihnen jetzt eben eine Abkläge Und ich glaube, ich bin nicht mehr D static, das ist immer das Ich bin nicht mehr Aber ich habe mir gesagt, dann Und ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich bin ich nicht mehr Vielen Dank.